So, Schnelltagssaal, es ist Niedertal und deswegen gehen wir jetzt auch los zu der Game Squad. An einer lauter fahrbaren Straße geht endlich in den Zug, sind nur zwei heiße Stille. Ich bin jetzt auf der Game Squad angekommen, ich bin jetzt in dieser Business Area, ich muss mich hier noch ein bisschen zurecht finden, weil ich da gerade noch gar nicht weiß, wo es hier überhaupt war, deswegen schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Ja, wir sind hier im Jahr 2016, da machen wir jetzt weitermachen. 2018 und 2019 tauschen darf und ja, die haben mich auch wiedererkannt nach zwei Jahren Corona-Pause. Also, ich bin in der Messe Undercom und ja, hier sind sehr viele andere Hersteller. Ich habe euch hier noch ein kleines Video, was im Rahmen 2019 auf der Game Squad stattfindet. Also, ich bin in der Messe noch immer 25 Terminebons. Nachdem jetzt 2019 dabei war und auch ein kleines Video, was sehr cool geworden ist, mit WP und Kitzel, wird das Ziel ja auch wieder drin, das sind ja in Form und Art und Weise. Hallo! Was ist denn da? Na? Wo sind denn hier die Antenna? Oh! 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 Nachdem der Sound aber sehr, sehr schlecht ist, müssen wir das jetzt mal in der Off-Stimme aufnehmen. Ich habe in dem Moment gesagt, wir holen jetzt die Kollegin ab, die mit auf der Gamescom ist und mitfilmt. Und ja, sie hat eine White Card und kann erst ab 13 Uhr rein, da ist sie da jetzt und da laufen wir jetzt auch hin. So, sind Sie Stadt klar, dann verfolgen Sie mich einfach mal zu der Halle 10.1 nach unten. Hier sind einfach zu viele Leute, habe ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen laut auch hier, aber das sollte auch kein Problem sein. So, wir haben auch Licht dabei, das ist wunderbar. Und ich bin mal gespannt, wo hier der erste Stand genau ist. So, halloi, was muss man denn hier machen? Also, Sie können einfach sich ein Rufo wegnehmen und für jedes Rufo, was Sie auch in unserem Kanal haben möchten, müssen Sie eine Quizfrage wahrnehmen. Man kann außerdem auch noch ein Lieberfläschens drin nehmen. Okay, dann machen wir das auch gleich. Ne? Und fällt natürlich nach unten. Und fällt natürlich nach unten. Ne? Wollen Sie doch einen? Ja. Danke. Ich will auch. Na klar. Glaub schon. Ich kann auch nicht sprechen. Wir brauchen noch Öni einen Beutel. Also, genau damit das nicht so in deiner Hand schmilzt. Weil Öni... Ja. Äh, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Beutel finden. Ähm, hier sind irgendwelche Spiele. Ja. Jemand von der Stava. Röndil. Du kannst zugehört werden, Mann. Ja. Wenn man nicht provisieren lässt, gewischt der es. Okay. Okay. Dauert drei Sekunden. Und dann kannst du irgendwann Held sein, wenn du bist. Okay. Dann versuchen wir es. Ja. Benjamin. Wo sind wir hier? Äh, was macht ihr? Ja, ihr seid hier beim Stand der DKMS. Ähm, hier kann man sich registrieren lassen und ein bisschen Glück zum Lebensretter werden. Und zwar ganz einfach, indem man sich hier registriert bei uns. Und dann kann man Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind, vielleicht dadurch das Leben retten mit einer Stammzellstelle. Was wird denn da genau getestet? Da werden die sogenannten HLA-Merkmale bestimmt. Und wenn ein Patient an Blutkrebs leidet, an Leukämie, dann kann man mit diesen Merkmalen bestimmen, ob man als Spender geeignet ist. Als Spender oder Spenderin. Und wenn das passt und wir haben einen Patienten und dann kommt die Nachfrage, habt ihr für diesen Patienten einen Spender oder eine Spenderin? Dann gibt es quasi ein Match und dann würden wir ihn zum Beispiel anschreiben und fragen, willst du immer noch Spender werden? Wenn er ja sagt, würde ich die Spende schaffen. Und dann kann er damit relativ einfach und mit etwas Glück zum Lebensretter werden. Wir wollten, wir waren auf der Suche nach einem Beutel, ne? Ah, ok. Soll ich geradeaus oder nach links? Geradeaus? Guck mal, ganz schön klein bin ich. Ja, wenn ich mutig wäre, dann würde ich dir irgendwas fragen. Aber ich habe keine Ahnung. Also in einem Spiel ist sie? Ja, genau. Also nicht für ein Spiel, sondern das ist als Maskottchen vom Eraser-Logo. Nein, von Eraser. Das ist die Gaming-Marke von Medion. Ja. Ja. Kein Problem. Alles klar, dann frage ich euch. Ich schlafe doch. Geht ihr auch? Na ja, die sind ja... Ah, ok. Hallo. Ich wollte nur Hallo sagen. Ja, hallo. Topstar, Fitness RS. Wir machen ergonomische Gaming-Stühle. Wir haben eine Besonderheit in unseren Stühlen verbaut, die es nur bei uns gibt. Unter den Stühlen ist eine 3D-Box verbaut und die sorgt dafür, dass der Stuhl dreidimensional beweglich ist. Das kann man auch am Stuhl ganz einfach zeigen. Der Stuhl bewegt sich quasi, die Sitzfläche bewegt sich in alle Richtungen. Und wenn man drauf hockt, ist man auch dreidimensional beweglich. Und die Bewegung, diese Bewegungsfreiheit sorgt dafür, dass man bei den normalen Bewegungen, die man im Alltag macht, immer in Bewegung bleibt und ergonomisch sitzt. Die Rücken bleibt in Bewegung, die Wirbelsäule ist in Bewegung und man kann stundenlang zocken, drauf sitzen, hat nie Schmerzen, ist weiterhin konzentriert. Klingt ja richtig super. Hallo. Du kennst Benjamin? Ja, genau. Er ist ein flauschiger Helfer aller Tiere. Und ein guter YouTuber. Ja, genau. Ja, ich werde dann als Chat-Polizistin sein. Sehr gut. Cool. Ich freue mich über alle, die das unterstützen. Unbedingt spenden, Leute. Das reinhalten in die Kamera. 24 Stunden Livestream, Leute. Unbedingt reinschauen. Genau. Das ist 3. September. Einen Tag davor habe ich Geburtstag. Deswegen schenkt mir zum Geburtstag, dass ihr da am 3. reinschaut. Ja, machen wir. Wir sind dabei. Kamera wird leer. Ja, tschüss. Oder wann war euer erstes Notruf 112? Oh, das erste Notruf 132? Ja, 18 könnte hinkommen. 19 hat das erste Mal dieses Cockpit. Weil ich habe ein Plakat zu Hause von Ansgar, Zendes und Carsten. Ja. Von, glaub ich war 2017 oder 2018. Ich weiß das nicht mehr. Ihr seid auch wieder mit Notruf 112 unterwegs. Habt ja neue Sachen rausbekommen. Ja, er selber programmiert nicht. Das sind ja seine Entwickler dann. Aber er kennt sich mit allem dann aus. Das finde ich auch sehr schön. Was bietet ihr denn hier noch an? Ich sehe hier einen riesen großen Truck. Der Bereich ist jetzt quasi komplett für Heavy Duty Challenge. Geht quasi darum mit einem Truck. Das gibt es halt auch in echt. Solche Parcoursstrecken auf Zeit zu fahren. Dafür haben wir quasi den Truck ausgestellt. Und wir haben diesen Motion Simulator, wo man das dann mal quasi auch mit der Bewegung anspielen kann. Da vorne gibt es auch einfach, wie das Spiel in echt wäre. Quasi mit Maus und Tastatur zu spielen. Oder auch Controller. Genau. Ansonsten haben wir hier quasi noch ein paar andere Truck Simulationen, die wir ja haben. Heavy Cargo von dem Mitwickler von On The Road. Truck & Logistik. Genau. Da vorne haben wir einen Subway-Simulator. Der Flug-Simulator ganz kurz angeschnitten. Unsere Notrufecke. Hier vorne haben wir einen Bus. Hier vorne haben wir den Subway-Seck. Okay. Da muss ich dann auch gleich noch hin schauen. Ja. Hier vorne. Somit endet sich auch der erste Tag vom Medientag und für uns geht euch dann beide wieder nach Hause, ich werde euch den Vlog schneiden und ja, wir sehen uns morgen wieder, kleine Ankündigungen am Freitag, ich sag mal so, ab 4. oder 5. Uhr, ähm, gibt euch einen Livestream, ähm, ob ihr auf, ja, auf Twitch, äh, auf meinen Kanal oder, ob Sidney, hat Sidney einen Twitch-Kanal, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch meinen Kanal, ähm, schalte am Freitag dann gerne ein. Und, somit, ach mal, schönen Abend, tschüss. x x x x x WEB